Musik 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 Ja es funktioniert Yes Hallo, jetzt kommt zu einer weiteren Folge Rocket League Das ist Folge Nummer 3 Ja doch, klar Und ich bin immer noch scheiße Da habe ich wirklich eine Zeit lang mit meinen Patenkindern geübt Eine Stunde oder zwei Aber ich bin immer noch scheiße Ich muss weiter mit ihnen üben Aber ich konnte das Spiel nicht mal als es gehypt wurde Also habe ich auch gesagt Hätte ich bekommen auf meinen Kanal Ob Glück oder Können Win ist Win Lasst ein Abo da, like die Videos, schreibt es in die Kommentare Und aktiviert die Glocke Ich glaube ich habe es nicht gesagt Weil das ist jetzt der zweite Versuch Problem mit den Servern beim starten des Spiels Nein, 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 nein Ohhhh Also bin ich ja froh, dass jetzt nach 10 Minuten Verzögerung Klappt mit der Aufnahme Ja Oder 20 Minuten Verzögerung Aber egal No, no, no Ich bin so gut in dem Spiel Oh, yes Danke, gut gemacht War das der Gegner? Und es leckt sogar richtig Das sind glaube ich die Probleme die ich vorhin hatte Beim Versuch mich einzubählen Hey, kuschel mit Du bist doch Kumpel, wir gehören ins selbe Team Warum schießt du zu mir? Beziehungsweise warum schießt du nach hinten? Ah, sorry Bro Du warst im Weg Ah, Junge, Junge, Junge Das Spiel ist so nervenaufreibend Jo, ich hab kurz davor gekickt Und, yes Danke, Mann Ähm, ja, das Spiel läuft gut, nämlich gar nicht Und, und, ohhhh Knapp, knapp Das heißt knapp, 4 Meter daneben, aber okay Hey, es war knapp, ja Oh, no, 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 was mach ich da? Wow Ich gebe eher Mühe, aber ich kanns doch nicht so gut Ah Warte mal, wie war das Doppelsprung, ne? Was hat mein Partner, ja, was in Richtung, nein Mein Partner, Junge meinte irgendwas in Richtung mit Doppelsprung oder so, nach vorne Ich muss das mal üben Ich muss mir da noch Tipps von den Kids holen, also Ah, ich wäre nicht so gut da drin, aber die auf jeden Fall schon Ah, die auf jeden Fall Und ich bin richtig kacke Ist leider kein COD Ah, warte mal, wie soll das denn? Einmal springen Ich übe noch so, das ist so stark Oh, super gemacht Von Schloss Aber er heißt von Schloss Das war nicht von Das Tor, von Schloss Ah, okay, cooler Name, ehrlich Gutes Spiel 1 zu 1 Und ich habe wieder mal nichts Gutes geleistet Oh, komm, komm, ja, komm, komm schon, nein Es sah aber doch gut aus, oder? Ah, das wollte ich mal in X Ich habe die Verfolgungskamera ausgemacht Hä? So rum stand ich? Yo, das kriege ich gut hin Ähm Ja Nicht vergessen Auf Glück oder Können Wenn es wird, lasst deinen Abend da Like die Videos Schreibt uns die Kommentare Aktiviert die Glocke Ich muss beuern eigentlich Okay, ich muss nicht beuern Okay, doch Ja, super gemacht Schon wieder von Schloss Du bist der Beste Gut gemacht Joooooo Ah, ich habe wieder nichts Gleistet Mein Gott bin ich gut Oh, kacke Ah Mann Weg damit Ich glaube ich habe ein Tor vergnet Ich bin mir nicht sicher Ich glaube doch Es sah so aus Nein Oh, ich glaube ich habe geblockt Ey, ramm ich nicht, Mann Ramm ich auch, du Kacke, kacke, da lebe Nein Nein, oh Nein Er ist da Nein, 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 nein Geht aber von unserem Tor weg Da kriegt man ja noch Komplexe Kriegt man da ja noch Noch eine Minute, das sieht gut aus für mein Team Bis jetzt sieht es gut aus Danke, danke, das ist sehr liebenswürdig für die Oh, scheiße Versuch der Vorlage, ja Nein, no, 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 no Nein, no, 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 no 2 zu 2, verdammt, das müssen wir jetzt rausholen Verdammt, habe ich es verhauen Oh, shit Danke No, 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 no Nach da, nach da Ja, das sah beinahe richtig aus Aber nur Beinahe Ich lerne das irgendwann noch Ich glaube nicht, aber ich lerne es irgendwann noch No, 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 no Oh, nicht gut, oh, nicht gut, oh, nicht gut Nein, 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 nein Weg mit dir, weg mit dir Oh, Mann Scheiße, es gibt doch Verlängerung, oder? Oh, Scheiße Verlängerung und Angriffs aufs Tor Okay Wir gehen in die Plus-Spielzeit Das sieht doch toll aus Okay, 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 okay Nein, ach komm, das sah auch gut aus von mir Habe ich gesagt, mein Blaus-Team kriegt den Ball nicht Hä? Nein Und nach vorne damit Ja, super, Kinder, los, stürmen, holt euch den Ball Ich hatte nur 12% Schub Nichts Ich kriege das nicht hin Komm, mach ein Tor, mach ein Tor, komm schon Wo ist der mein Torschütze? Alter No, 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 no Falsches, nein, 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 nein Ja, super, 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 selber dir Eins-Bein gepinkelt Ich springe so kopplos über die Karte, ey Was machst du denn? Schöne, lange Spielzeit-Verlängerung Aber No No Wir haben die Runde verloren Wir sehen uns in der nächsten Runde, aber er hat es versucht, es noch zu verhindern. Super gemacht, danke. Mein Stuhl, ich hasse ihn. Willkommen zur Runde 2. Und von Schloss ist immer noch dabei. Ein sehr guter Spieler, hat 2 Tore gemacht und hat mich ertragen. Danke, Mann. Bist du bei mir im Team? Hoffe ich doch. Ja, ist bei mir. Super. Zumindest einen, der das Spiel kann. Wir warten auf 2 weitere Spieler. Das Gegner-Team ist, glaube ich, voll bereit. Noch ein Spieler kommt, ein Spieler, ein Spieler. Haben wir einen Spieler? Nein, wir machen den Computer. Los geht's. Runde 2. Nicht vergessen, ob Glück oder Können. Win ist Win. Lasst ein Abo. Boah, leckt das. Yo, komm schon. Er hat... Ja, nein. Oh Mann, ist der gut. Und wenig Scheiße. Ich spring irgendwie dran vorbei. Ich krieg das mit dem Schießen nicht hin. Lass ein Abo da. Like mich. Aktiviert die Glocke. Oh. 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 Komm bitte. Mein erstes Tor. Und es leckt so bei mir. Verdammt nochmal. Was für ein Glückstor. Der Torwart hat sich von denen nicht bewegt. Und dadurch kann auch so einer wie ich ein Tor machen. Wenn der Gegner sich nicht bewegt. Mann, ist das geil. Oh Mann, mein erstes Tor in dieser Folge. Folge Nummer 3. Aber ich habe auch irgendwie fiese, böse Lecks in meinen Spielen. Ich weiß nicht warum. No, no. Habe ich das gemacht? No, 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 no. Ich sage jetzt no, 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 no. Ich kann doch sagen. Nein, 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 nein. Nein, sie machen ein Tor. Nein, doch nicht. Unser Spieler macht auch nichts. Jupp, ich bin zu blöd für den Doppelsprung. Gut gemacht. Ach du gehst gar nicht zu uns. Du hast ja den Ball zu uns gespielt. No, no, no. Nein, nein. Was mache ich? Wo bin ich? Oh, kacke bin ich scheiße. Tut mir leid Team. Nach vorne hier passt zu dir. Und mach ihn rein. Oh, 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 oh. Nein, ich bin zu schlecht. Oh, sorry. Sorry, das war nicht so gemeint Von Schloss, es tut mir leid Hä? NEIN, sie haben ein Tor gemacht, das gibt's doch nicht Das war auch bei der Jungs wieder mein Kinn No Mann Haha, nein, nein, falsche Richtung Nein, 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 nein Oh, danke Schnur Er schloss mal nicht, Scheiße, warum komm ich auf Schnur Ach komm Nein, 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 nein Oh Mann Mit mir hat man's nicht leicht, ich bin so scheiße Oh mein Gott Okay Äh, was hab ich gemacht? Hallo? Oh Mann ey Das gibt es nicht, nein, 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 nein Oh Mann Es legt uns zumindest Haus hoch Warum fittert mein Kinn? Es legt nach hinten, wir müssen uns Haus hoch überlegen Und mein Kinn ist noch ein Zitter Ja, komm schon Kasper, oh Oh Mann Oh, komm schon Nix halbes und nix ganzes Ja, so kennt man das von mir ja Sorry Mann ey, komm schon, das war's doch, mein Gott Denk ich zumindest Okay, okay, okay Okay, okay Was machst du? Ey, von Schloss Meine Güte Meine Güte Es gibt es nicht No, 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 no Ja, voll dran vorbei, jetzt ehrlich, ohne Scheiß Oh Mann Mann Und Bis zum nächsten Mal. Oh boah, wir haben das Haushoch verloren, tut mir leid, und, ach man. Und sie haben wieder einen Tor gemacht, viel zu eins, verdammt nochmal. Und wir haben verloren, danke für's Zusehen, juhu. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, einen guten Morgen, einen noch besseren Abend, ich bin nie mehr da raus. Peace.